Ja, liebe LaRasch-Fans, ich freue mich total, dass wir heute erstmalig Lisa Hahner hier sitzend begrüßen dürfen. Cool, dass es klappt, Lisa. Ja, hallo, ich freue mich auch. Wir sind ja hier schon ein bisschen zur fortgeschrittenen Stunde in Hannover. Morgen findet der Hannover Marathon statt. Trotzdem hast du dir jetzt hier noch mal die Zeit genommen. Um noch mal ein bisschen zu quatschen, ist ja einiges passiert. Leider kannst du morgen nicht beim Marathon starten, das war eigentlich vorgesehen, musstest dann aber relativ kurzfristig nach der Zusage schon wieder die Absage erteilen. Grund ist der Weisheitszahn oder mehrere Weisheitszahne gewesen. Wie kam das? Ja, also für mich stand schon länger fest, dass ich in Hannover laufen werde, aber klar, wo es war ein bisschen doofes Timing, wo es dann veröffentlicht wurde. Ja, ich war seit Januar, Anfang Januar in Neuseeland, sehr gut trainiert mit meinen Teamgelegenen, mein Trainer war dabei. Und ja, dann hat es so angefangen, dass ich mich nach intensiven Einheiten, das war ungefähr nach 8,5 Wochen oder so, wo ich schon da war, nicht mehr so erholt habe, wie zuvor. Und da haben wir erst gedacht, okay, vielleicht ein bisschen im Training überzogen, weil halt schon viel Umfang war. Und da habe ich ein bisschen ruhiger gemacht. Und dann hatte ich aber immer so Kopf- und Kieberschmerzen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal lieber zum Zahnarzt, lass ein Röntgenbild machen. Und da hat man dann gesehen, dass schon Flüssigkeit unter dem Zahn war, also links. Und ja, schnellstmöglich raus. Und dann bist du sofort zurückgeflogen nach Deutschland und dann stand sofort die OP bevor, ja? Ja, so ungefähr. Also ich habe versucht, den Flug so früh wie möglich zu bekommen, musste dann noch fünf Tage warten und habe dann einen Termin schon gleich beim Zahnarzt gemacht. Das ging alles gut und Zähne gingen gut raus. Die Heilung braucht gerade noch ein bisschen länger, als ich es mir wünschen würde. Aber ja, ein bisschen Geduld noch haben. Und dann kann ich hoffentlich wieder bald richtig loslegen. Ja, das ist ein bisschen eine Pechsträne gerade, wenn man das vielleicht so formulieren kann. Gerade mit den Weisheitsszenen, dann war glaube ich auch noch vorher ein anderer Weisheitszahn ein Problem gewesen. Und letztes Jahr auch mit Valencia, wo du den Marathon abbrechen musstest. Also es zieht sich gerade so ein bisschen durch bei dir. Ja, schwierig gerade. Oder wie ist gerade dein Gemüt dazu? Ja, wie soll ich sagen, ich werde auf eine Geduldsprobe gestellt. Eigentlich habe ich gedacht so, okay 2019, da geht es jetzt richtig los, weil ich ja jetzt mein Umfeld verändert habe und mit Anna zum SCC Berlin gewechselt bin, nach Berlin gezogen, mit Dieter Hogan einen neuen Trainer habe, super Teamkollegen und ich mich echt richtig wohl fühle und auch gut trainiert habe. Und ja, konnte es halt jetzt noch immer nicht im Wettkampf zeigen. Aber ja, das Training hat ja meinen Körper und ich hoffe, dass ich dann spätestens im Herbst halt dann ein gutes Wettkampfresultat auch vorzeigen kann. Ja, das sollte schon gelingen. Ich meine, jetzt habt ihr auch viel Rückenwind, gerade das neue Team. Das schlägt ja schon einige Wellen. Scheint auch eine super Stimmung zu sein. Also man sieht das ja auch wieder auf Instagram und so weiter, was die Teamkollegen Philipp Bahr und Fabian Clarkson und so weiter da posten. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und dass da ein guter Teamspirit existiert. Und da warst du auch im Herbst schon wieder auf einem guten Level gewesen. Ich kann mich erinnern, ich hatte zum Teltow-Halbmarathon, der wirklich ein sehr winkliger Kurs ist, schlechtes Terrain, zum Teil unbefestigt, immer mal irgendwie ein kleiner Boller mitten auf dem Weg und solche Sachen. Da bist du 1,16 hoch, glaube ich, gelaufen über die Halbmarathon-Distanz, was ja schon zu dem Trainingszeitpunkt eine gute Leistung gewesen ist. Also da ging schon die Formkurve nach oben. Und deswegen war natürlich die Annahme 2019, dass das wird relativ logisch, ja? Ja, also Teltow-Halbmarathon war gut. Also die Entscheidung war aus einer vollen Trainingswoche, ob ich halt noch einen Tempodauerlauf mache und das ist nicht so gerade mein Lieblingstraining. Und dann war die andere Alternative, das bei einem Wettkampf zu machen und das mache ich halt immer viel lieber. Und ja, von dem her, da war ich sehr zufrieden und konnte dann halt in Valencia leider nicht laufen. Aber gut, ich meine, das ist jetzt Vergangenheit, den Blick richtig nach vorne und schaue, dass ich jetzt wieder richtig gesund werde, wieder voll ins Training einsteigen kann. Und dann wird es auch automatisch kommen, glaube ich, dass der Wettkampf irgendwann dann krachen wird. Dann blicken wir doch gleich mal so ein bisschen in die Zukunft oder Mutmaßen. Einen festen Blick kann man ja nicht wagen. Ja, das Team, wir hatten es gerade schon gehabt, es war schon sehr überraschend, dass sich das Team so gebildet hat. Dass der SCC sagt, okay, wir wollen hier ein Pro-Team gründen und dann auch mit dieser prominenten Besetzung. Wie lief das ab? Vielleicht kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben. Ja, eigentlich verrückt. Es war jetzt ungefähr vor einem Jahr, da hatte ich die Entscheidung für mich getroffen, dass ich mich irgendwie sportlich verändern will, also dass ich weiter den Leistungssport machen will. Die Frage habe ich mir gestellt und wusste halt, dass irgendwie so, wie es bisher war, so hat es nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte einen neuen Trainer und das ist für mich das Entscheidendste. Und danach richte ich auch meinen Wohnsitz aus, also ich war bereit, überall hinzuziehen. Und Dieter aus einer ganz anderen Richtung, der viel mit Afrikanern gearbeitet hat, hat gesagt, er würde immer gerne wieder mit deutschen Athleten arbeiten, aber müssen halt die Richtigen sein, also wo er halt auch Potenzial sieht, dass die richtig schnell laufen können. Und das wiederum hat Berlin so beide Seiten mitbekommen und connected. Und dann habe ich mich mit Dieter getroffen und wir haben viel geredet und dann nochmal getroffen, dann mit den Berlinern zusammengesetzt. Ja, und dann haben wir so das Projekt eigentlich erstmal so mit Dieter, mir gestartet. Und dann kam Philipp Bar dazu, dann kam Anna dazu, dann Fab und jetzt zur Zeit sind wir vier. Und es soll langsam wachsen, also gesund wachsen. Und weil du die Stimmung angesprochen hast, das ist auch ein Ding, was Entscheidend ist. Also die Leute müssen zum Team passen, es muss so eine positive Grundstimmung sein. Und ja, wir bringen auch Nebensport gern Zeit miteinander, weil wir uns einfach gut verstehen. Das ist ja sehr, sehr cool. Also ich finde das total schön. Und wenn ich fragen darf, mit Valentin Feil und so weiter ist er schon ein Trainingspartner, jetzt gerade in Neuseeland immer mit dabei gewesen. Wie passt das da zusammen? Er ist nicht im Team, aber trainiert mit unter Dieter oder wie ist das? Ja genau, in Neuseeland war ja Valentin Feil Österreicher noch dabei. Und Ikegami Hideyuki, Japaner. Und es hat auch alles super gepasst. Die trainieren auch bei Dieter. Von dem her hat das vom Training sehr gut gepasst. Und die sind beide nicht beim SCC. Aber ja, da sind wir alle tolerant, sag ich mal. Und wie es in Zukunft aussehen wird, weiß man nicht. Und jetzt seid ihr D4 Leute. Du hast es schon gerade angesprochen. Da ist gerade mit Fabian Clarkson jemand dabei, der 3000 Meter Hindernisläufer ist. Eigentlich kennt man ihn ja schon permanent von der Straße. Ob das Bietigheim ist oder Tempo beim Frankfurt Marathon oder sonst wo. Wie habt ihr das aufgestellt? Welche Parameter habt ihr euch gegeben, wen ihr im Team haben wollt? Ja, also da muss ich für Dieter oder für Marc vom SCC sprechen. Also natürlich werde ich gefragt, ob ich mit denen menschlich zurechtkomme. Das ist schon entscheidend. Aber wer jetzt reingenommen wird, ist nicht meine Entscheidung. Fabian wird erstmal auf den Hindernissen bleiben. Das ist seine Strecke, also jetzt für Tokio gesehen. Was die Zukunft bringt, entscheidet dann der Trainer oder entscheidet Fab. Und ja, ich glaube der Fokus ist schon auf die Straße gerichtet vom Team. Wir sind alle leidenschaftliche Straßenläufer und da ist halt Marathon die Königsdisziplin. Kannst du uns noch einen kleinen Einblick geben, was so die nächsten Schritte vielleicht sind? Wie groß soll das Team werden? Gibt es schon vielleicht, ich glaube gestern ist die Homepage online gegangen. Ich habe jetzt noch nicht alles da gelesen, was so die Philosophie und so weiter ist. Also da muss ich noch ein bisschen was nachholen. Vielleicht steht da auch schon was, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber kannst du uns da noch so ein bisschen einen Einblick geben, was noch kommen kann und wo es hingehen soll? Ja, wir haben eine Homepage. Wir haben jetzt auch ein Instagram-Profil vom SCC Pro Team, was richtig cool ist. So und das ist alles sehr langfristig ausgelegt. Also Zeithorizont. Ich sag mal, ich kann mir gut vorstellen, zehn Jahre noch Leistungssport auf hohem Niveau zu machen und habe jetzt nicht unbedingt vor, noch mal meinen Wohnort oder meine Trainingsgruppe zu wechseln. Und ja, wie groß das Team wird, gibt es jetzt keine Begrenzung. Aber es gibt jetzt auch nicht den Drang unbedingt zu wachsen. Also wir sind jetzt erstmal eine schöne Gruppe. Es schließen sich vielleicht manchmal ein paar andere Läufer an in den Trainingslagern. Und vielleicht kommen auch irgendwann andere Läufer noch ins Team rein. Aber es muss halt alles passen. Also sportlich, von der Strecke her, vom Training, vom Wohnort. Ja, das sind viele Parameter. Und da bin ich selbst gespannt, ja, was die Zukunft bringt. Und was sagst du zu Berlin? Jetzt wohnst du ein knappes Jahr da. Ja, wie kann man das zusammenfassen? Natürlich was anderes, als jetzt auf dem Dorf irgendwo zu sein. Wie ist das? Wie sieht dein Alltag so aus? Also das würde mich ganz gerne interessieren. Ich liebe Berlin. Super Stadt, irgendwie so. Anna sagt es irgendwie immer am besten. Die sagt, wenn ich bei dir in Berlin bin und gerade Yoga in meiner Leggings gemacht habe, das ist kein Problem. Ich ziehe mir eine Jacke über und gehe einkaufen und ich werde noch nicht mal angeschaut. Also Berlin ist halt irgendwie so extremst tolerant, die Menschen. Und die juckt es einfach nicht, wie jemand gekleidet ist oder was der macht. Und man kann einfach so leben, wie man möchte. Und ja, ich habe eine Wohnung und die ist nicht weit vom Kronewald entfernt. Was mein Haupttrainingsgebiet ist. Manchmal laufe ich auch am Teltow-Kanal so die lockeren Sachen am Nachmittag. Das ist auch recht nah. Und so ist der Tag schon eng getaktet halt mit so trainieren, Essen, Schlafen, Essen machen. Ich liebe halt Kochen, Backen. Und so ein bisschen Berlin habe ich schon kennengelernt, gerade jetzt, wo dann halt keine intensive Trainingsphase sein konnte. Dass ich dann auch mal... Ich merke selbst, wenn ich dann so in Mitte reinfahre oder Kreuzberg oder Prenselberg, dann ist es schon ein anderes Berlin. Also dann sind die Häuser größer und es sind viel mehr Menschen oder auch am Alex. So, das fühlt sich dann mehr nach Großstadt an. Und ja, bei mir ist es schon ein bisschen beschaulicher noch. Und was sagst du so zu der Läufer-Community? Vielleicht kannst du da noch uns einen kleinen Einblick geben, weil das ja schon... Ich meine, es sind vier Millionen, die in Berlin wohnen und ich glaube auch ein sehr begeistertes Laufpublikum, was du da Tag für Tag wahrscheinlich auch siehst. Ja, definitiv. Also viele Läufer, die da sind und auch die einen zurufen, die einen ansprechen. Und auch so viele Leistungssportler auch. Also mit Kaddi Kranz zum Beispiel, die war auch schon mal beim Essen da. Also da ist es jetzt nicht so entscheidend so, die ist aber in der Trainingsgruppe oder ja, wir verstehen uns. Und ja, da gibt es immer Möglichkeiten, mit Leuten zu trainieren und auch mal andere Strecken irgendwie kennenzulernen. Und es ist eine große, große Läufer-Community. Es ist echt unfassbar, wie viele Läufer in Berlin sind. Das glaube ich gerne. Und wahrscheinlich kannst du da auch noch die nächsten zehn Jahre einiges entdecken, wenn du gerade die Ansage gemacht hast. Jetzt sind wir ja hier in Hannover und du wolltest eigentlich laufen. Jetzt ist es natürlich schade, dass das nicht funktioniert. Aber dennoch bist du morgen an der Strecke und wirst das Rennen begeistert trotzdem vor Folgen. Was denkst du, was gerade Anja da morgen zum leisten in Stande ist? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Klar, also am meisten fühle ich mit den deutschen Athleten mit, mit Anja, auch mit Laura oder halt mit Arne. Und ja, Anja hat sich selbst nicht auf eine Zeit festgelegt, also werde ich den Teufel tun, da jetzt irgendwie eine Zeit sagen. Aber ja, Anja ist schon, da muss es nicht immer perfekt in der Vorbereitung laufen und manchmal hat sie echt trotzdem einen richtig guten Marathon hin. Und der ist gefühlt auch egal, sie kann die Dinge einfach durchziehen. Also wenn es läuft, dann haut sie da einen raus und das traue ich ihr jederzeit zu. Und Laura war sehr selbstbewusst bei der Pressekonferenz, scheint fit zu sein. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen für eine Bestheit für Laura und auch für Anja für ein gutes Rennen und bin auch mal gespannt, was Arne macht. Da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Also hoffen wir, dass er das früher mit einem Marathon auch mal beschließen kann. Ja, das wäre wirklich sehr, sehr wünschenswert. Wir hatten da auch bei uns auf der Homepage oder auf dem Facebook-Profil eine kleine Umfrage gemacht. Wir hatten gefragt, was Anja und Arne wohl für eine Zeit, wenn man die zusammenaddieren würde, dann für eine Zeit erreichen. Das war so um die 440 rum, war so häufig das Niveau. Klar, muss man so auch annehmen, was auch anders, aber zumindest war sehr häufig dann doch die Begutmaßung, dass alle beide dann natürlich ins Ziel kommen. Das ist ja erstmal schon mal ganz, ganz stark und das wünsche ich natürlich dann für morgen. Jetzt abschließende Frage, wo werden wir dich als nächstes sehen und was sind so die nächsten Schritte? Ja, die nächsten Schritte sind erstmal wirklich Schritt für Schritt so. Ich werde auf jeden Fall beim Frauenlaufen Berlin sein, der ist im Mai, jetzt 17. oder 18. Was ist der Samstag? Das ist die Frage. Bisher darf ich noch nicht voll trainieren, intensive Sachen gehen noch nicht und je nachdem wann ich anfangen kann, werde ich da einen richtigen Wettkampfmann oder halt das als erstmal so zum Reinkommen sehen. Und dann Halbmarathon, steht aber noch nicht fest wo und dann Marathon dann im Herbst. Und das wird wahrscheinlich auch Berlin sein, ich meine, auf der Hausstrecke, was soll auch sonst gemacht werden. Aber gut, ja, also ich denke, die Leidensgeschichte muss einfach vorbei sein. Da drücke ich ganz fest die Daumen und vor allem auch glaube ich ganz viele Fans, dass es wirklich jetzt hier nicht noch etwas Unvorhergesehenes passieren kann oder soll. Also wir drücken dir die Daumen jetzt für das Frühjahr und dass das Training gut funktioniert und bedanken uns jetzt wirklich noch für die Zeit, so zu fortgeschrittener Stunde. Ja, also alles Gute und vielen Dank nochmal. Ja, gerne und das ist dann der Vorteil, wenn ich nicht laufe, dann bin ich auch flexibler bei der Uhrzeit ins Bett zu gehen. Das ist schön, also wir natürlich auch und wir kommen auch mal ein wenig Schlaf zurecht, aber das kennt der Sportler ja auch. Genau.